Die Geschichte ist in Colorado College, das Viertel im Osten. Da ist Chip, aber er heißt Panik. Die Geschichte beginnt im Sintel Oktober, ein Tag der Sonne, Donner und Wunsch. Sein Vater Mach will, dass er ein professioneller Kletterer sein. Er war sehr gut, aber er möchte etwas Großer. In dem Baum er kann wohnen, um die Welt zu sehen. In der Welt der Einschönchen, er will Schanzen hatten. Aber er will, wollte nicht mehr leben ohne Fahrräder. Rushi. Computer. Und das Glück der Kratzen mit Etchenfingern. Er will nicht mehr an einem Schönchen sein. Er will ein Mensch sein. Täglich hat er in den Mülltonnen gesucht. Er untersuchte das Essen von Menschen und er wünschte, es zu genießen. Einmal versuchte er und es war fantastisch. Bereits haben wir in den Schönchen in die Menschenwelt gegangen. Er begann zu laufen auf zwei Beinen. Er denkte zu Fuß auf dem Beton laufen. Er will mit dem Fahrrad und den Wind in seinem Haar füllen. Tage und Träume mit dir. Sieht an mir. Er alle diese Wünsche beschwand, als er Paniker erfüllt. Ihren beschigen Schwanz. Ihr Geist. Siegte ihm, was er liebte in der Einschönchen Welt. Beobachtung und Kommunismus. Er begraben die Wünsche nach einer kapitalistischen Menschenwelt. Mit dem Fahrrad essen Sushi vor die Macht der Liebe. Musik Untertitelung des ZDF, 2020